Haushaltsgeräte, Möbel, technische Geräte, sogar das Auto. Im Prinzip alle Gebrauchsgegenstände, die wir so täglich nutzen, verschleißen über die Jahre. Sie verlieren ihre Funktionsfähigkeit immer mehr, bis wir sie irgendwann nicht mehr nutzen können oder nutzen möchten und uns dann ein neues Gerät anschaffen. Mit dem Alterungsprozess des Menschen scheint es erstmal ähnlich zu sein. Wir erleiden über die Jahrzehnte immer mehr Einschränkungen in allen Körperfunktionen, bis es im hohen Alter unweigerlich zum Tod kommt. Der entscheidende Unterschied ist aber, im Gegensatz zu Maschinen haben biologische Organismen im Rahmen der Evolution verschiedene Mechanismen entwickelt, mit denen sie ihrem eigenen Verfall entgegenwirken können. Mechanismen, die unseren Körper warten und reparieren und Schäden beseitigen, die im Laufe der Zeit entstehen. Das Problem dabei ist aber, dass diese Reparaturmechanismen im jungen Alter zwar hochaktiv sind, später aber immer mehr nachlassen. Das erscheint aus evolutionärer Sicht natürlich auch erstmal logisch. Die Hauptfunktion des Individuums ist nämlich die Fortpflanzung. Der Einzelne soll das Überleben der Spezies sichern. Nach der reproduktiven Phase, also wenn man sich als Mensch nicht mehr fortpflanzen kann, hat man evolutionär gesehen keine Funktion mehr. Das muss man tatsächlich so hart sagen. Im Gegenteil, man verbraucht sogar Ressourcen, die den jungen Individuen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Nun haben Forscher aber trotzdem herausgefunden, dass es eine Reihe von Genen gibt, die unabhängig von unserem Alter die Macht haben, die Stärke unserer zelleigenen Reparaturmechanismen zu erhalten. Diese Gene haben eigentlich die Funktion, uns widerstandsfähig zu machen gegen Stresssituationen wie Hunger, Hitze, Kälte und so weiter. Sie werden entsprechend auch in solchen Stresssituationen stimuliert und sollen unser Überleben sicherstellen. Wenn wir es jetzt aber schaffen, diese Langlebigkeitsgene laufend zu aktivieren, können wir unsere Lebensspanne dadurch immens steigern. Bei den Langlebigkeitsgenen, über die ich heute sprechen möchte, handelt es sich um sogenannte Sirtuine. Sirtuine sind eine Gruppe multifunktionaler Enzyme, die zur Gruppe der Histon-Deacetylasen gehören. Klingt jetzt erstmal kompliziert, aber das Schöne an solchen biochemischen Begriffen ist, dass man sich die Bedeutung immer ganz gut herleiten kann. Histone sind basische Proteine, die im Zellkern von allen Eukaryoten vorkommen, also auch bei uns Menschen. Sie sind Bestandteil des Chromatins und haben die Hauptaufgabe, die DNA zu verpacken, damit sie in den Zellkern passt. So, und die Sirtuine deacetylieren jetzt diese Histone. Das bedeutet, sie entfernen sogenannte Acetylreste von den Histonen. Die Acetylreste auf den Histonen sind chemische Marker, die darum bestimmen, wie dicht die DNA verpackt werden soll. Die Abspaltung der Acetylreste führt jetzt dazu, dass der entsprechende DNA-Abschnitt so stark komprimiert, so stark verpackt wird, dass die Transkription durch Enzyme an dieser Stelle gestört ist. Das bedeutet, die Genexpression an dieser Stelle funktioniert nicht mehr richtig und der DNA-Bereich wird sozusagen stillgelegt. Inwiefern profitieren wir jetzt davon? Durch die Histonen-Acetylierung und deacetylierung mit der Folge einer Genstilllegung haben die Sirtuine eine volle epigenetische Kontrolle. Das bedeutet, sie können gezielt bestimmte Gene ein- und ausschalten und dadurch in Alterungsprozesse eingreifen. Und diese regulatorische Wirkung auf unsere Gene scheint tatsächlich die Grundlage für die lebensverlängernde Wirkung der Sirtuine zu sein. Über welche Gene genau die Lebensverlängerung erreicht wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Obwohl sie zu den Histon-Deacetylasen gehören, modulieren die Sirtuine aber nicht nur die Histone, sondern sie können auch andere regulatorische Proteine deacetylieren und damit in ihrer Aktivität beeinflussen. Dadurch können sie oxidativen Stress reduzieren, sie können unsere Telomere vor einer Abnutzung schützen, sie können unsere Nervenzellen vor Schäden schützen und damit auch viele weitere Wirkungen erzielen, die zu der lebensverlängernden Wirkung beitragen. Damit ist glaube ich rübergekommen, dass ein großes gesundheitliches Potenzial in den Sirtuinen steckt. Die entscheidende Frage ist jetzt aber natürlich, wie können wir die Sirtuine im Körper aktivieren? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Faktoren, die zu einer Aktivierung der Sirtuinen-Gene und folglich zu einer Exprimierung der Sirtuin-Proteine führen. Der erste wesentliche Faktor, um die Sirtuine zu aktivieren, ist eine kalorienarme Ernährung. Wenn er seine Kalorienaufnahme um 30-40% reduziert, dabei aber natürlich ausreichend Nährstoffe zuführt, das ist die Voraussetzung, kann Alterungsprozesse verlangsamen und gleichzeitig das Risiko für viele Krankheiten senken. Die positiven Effekte, die sind schon länger bekannt, aber man hat sie lange auf die Verlangsamung des Stoffwechsels zurückgeführt, weil bei einer geringeren zellulären Energieproduktion auch weniger schädliche Nebenprodukte und freie Radikale anfallen. Diese Ansicht ist aber mittlerweile überholt, weil man festgestellt hat, dass sich der Stoffwechsel bei Säugetieren durch Kalorienrestriktionen nicht verlangsamt, sondern teilweise sogar erhöht. Der entscheidende Faktor ist nämlich, dass der Kalorienmangel Stress auf den Körper ausübt. Und dieser Stress löst wiederum Gegenmaßnahmen aus, die unsere Überlebenschancen stark verbessern. Der Mechanismus, der dahinter steht, lässt sich evolutionär auch begründen. Wenn uns nicht genug Nahrung zur Verfügung steht, müssen wir leistungsfähiger werden, damit wir uns Nahrung beschaffen können. Wenn der Körper in einer solchen Situation, wo wir Hunger haben, auf Sparflamme gehen würde, wäre das ja total kontraproduktiv, weil dann könnte er sich erst recht keine Nahrung mehr beschaffen, weil man sich ja früher die Nahrung erarbeiten musste und sie nicht wie heutzutage immer zur Verfügung steht. Wie funktioniert das Ganze jetzt auf biochemischer Ebene? Ich habe ja vorhin erklärt, dass die Cituine, Histone und eben auch andere regulatorische Proteine deacetylieren, also Acetylgruppen abspalten. Da ist die Frage aber, was passiert mit den Acetylgruppen? Und da muss man sagen, die Cituine benötigen ein zweites Substrat, nämlich das Molekül NAD+, welches die Acetylgruppe dann aufnimmt. NAD steht für Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid. Ist aber im Prinzip nicht wichtig, deswegen bleibe ich jetzt bei der Abkürzung NAD, beziehungsweise NAD+. Das ist ganz wichtig, da gehe ich gleich noch drauf ein. Neben der Deacetylierung gibt es noch einen zweiten Wirkmechanismus, auf den ich vorhin noch nicht eingegangen bin, und zwar die ADP-Ribosylierung. Hierbei wird NAD+, zur Abspaltung von ADP-Ribose genutzt und dann wird eine ADP-Ribosylgruppe auf das Zielprotein übertragen. Der genaue Ablauf dabei ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass bei beiden Wirkmechanismen das Molekül NAD+, benötigt wird. Das bedeutet, dass die Aktivität der Situine davon abhängig ist, wie hoch der intrazelluläre NAD-Plus-Spiegel ist. So, was hat NAD-Plus jetzt mit einer Kalorienrestriktion, beziehungsweise mit dem Fasten zu tun? Dafür muss man wissen, dass im Rahmen des Energiestoffwechsels NAD-Plus in NADH umgewandelt wird. Das heißt, NAD-Plus, das Molekül, das benötigt wird, wird zu NADH reduziert. Dabei wird ein H-Plus-Proton abgespalten, denn dieses Proton schafft in den Mitochondrien die Grundlage für die ATP-Synthese. Das bedeutet, wenn wir Kalorien über die Nahrung zuführen, erzeugen die Mitochondrien im hohen Maß auch den Energiestoff ATP. Das ist logisch, das ist ein direkter Zusammenhang. Damit ATP erzeugt werden kann, werden aber auch mehr Protonen in den Mitochondrien benötigt und folglich wird NAD-Plus in großem Maße zu NADH reduziert und es steht weniger NAD-Plus zur Verfügung. Bei einer Kalorienrestriktion, beim Intervallfasten und auch beim periodischen Fasten wird viel weniger ATP gebildet und entsprechend wird auch weniger NAD-Plus zu NADH reduziert und es steht mehr NAD-Plus zur Verfügung. Wie vorhin besprochen, ist NAD-Plus ein Aktivator für Sirtuine. Das bedeutet, je höher der NAD-Plus-Spiegel durch Fasten- und Kalorienrestriktionen, desto mehr Sirtuine werden auch aktiviert. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Sirtuine nur aktiv werden, wenn wir fasten. Und wir können logischerweise nicht durchgängig fasten, weil wir dann immer mehr Körpergewicht verlieren würden, was auf jeden Fall nicht gesundheitsfördernd ist und was auch nicht Sinn der Sache ist. Eine tolle Möglichkeit ist da das Intervallfasten, weil wir beim Intervallfasten die gleiche Kalorienmenge zuführen können und nur durch das Timing der Mahlzeiten die Fastenphasen erreichen. Denn bereits nach wenigen Stunden ohne Essen beginnen die Sirtuine ihre Arbeit. Somit können wir täglich fasten und täglich eine Sirtuin-Aktivierung erreichen. Jetzt kommt aber der spannende, der zweite große Faktor. Wir können die Sirtuine nämlich auch während der Essenszeit durch sogenanntes Sirtfood aktivieren. Das bedeutet, wir können 24 Stunden am Tag während des Fastens und während der Nahrungsaufnahme eine Sirtuin-Aktivierung erreichen. Was ist jetzt Sirtfood? Sirtfood bezeichnet Lebensmittel, die bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die die Sirtuine aktivieren. Sekundäre Pflanzenstoffe sind erstmal Giftstoffe, die die Pflanze vor fressfeinen und verschädlichen Mikroorganismen schützen. Wenn wir jetzt pflanzliche Lebensmittel zu uns nehmen, nehmen wir diese toxischen Substanzen auch in geringem Maße auf. Das ist aber keinesfalls schädlich, sondern auf vielen verschiedenen Wegen gesundheitsfördernd. Die sekundären Pflanzenstoffe lösen im Körper nämlich, genau wie der Hunger, eine Stresssituation aus. Dadurch werden die Sirtuin-Gene stimuliert und Sirtuin-Enzyme exprimiert, die dann ihre verjüngende Wirkung entfalten können. Dahinter steht das sogenannte Hormesis-Prinzip. Das Hormesis-Prinzip ist keine moderne Entdeckung, sondern wurde tatsächlich schon von Paracelsus formuliert. Und zwar besagt es, dass geringe Dosen schädlicher Substanzen oder Stressfaktoren einen gesundheitsfördernden Effekt haben, indem sie die körpereigenen Abwehrkräfte stärken. Allein die Dosis entscheidet darüber, ob sich ein Stressor schädigend oder gesundheitsfördernd auswirkt. Und bei der Dosis spielt eben nicht nur die Menge, sondern auch die Wirkdauer eine Rolle. Psychischer Stress, elektromagnetische Strahlung oder auch Feinstaub zum Beispiel sind Faktoren, die dadurch schädlich sind, dass sie dauerhaft auf uns einwirken, weil sich der Körper dann nicht daran anpassen kann. Intermittierender mittelmäßiger Stress hingegen, wie beispielsweise durch die sekundären Pflanzenstoffe, wirkt sich sehr gesundheitsfördernd aus. So viel besagt das Hormesis-Prinzip. Am besten erforscht unter den sekundären Pflanzenstoffen, die die Situine aktivieren, ist das Resveratrol. Ein Polyphenol, das zum Beispiel in der Haut von Weintrauben, in Heidelbeeren und in Himbeeren vorkommt. Es gibt aber in dem Resveratrol noch viele weitere sekundäre Pflanzenstoffe, welche die Situine aktivieren. Es macht aber meiner Meinung nach da keinen Sinn, sich jetzt einen bestimmten sekundären Pflanzenstoff rauszusuchen und nur die entsprechenden Lebensmittel zu konsumieren, weil es eben eine sehr breite Palette an Situin aktivierenden sekundären Pflanzenstoffen gibt. Und wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, möglichst unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel zuzuführen, dann nehmen wir zwangsweise auch sekundäre Pflanzenstoffe auf, die die Situine aktivieren. Da braucht man sich also gar nicht so den Kopf machen. Fassen wir das Ganze also noch einmal kurz zusammen. Situine sind Reparaturenzyme, die unseren Alterungsprozess verlangsamen können. Sie sind Teil eines evolutionären Programms, das uns dabei hilft, in Gefahrensituationen unsere Überlebenskräfte zu mobilisieren. Und sie werden vermehrt gebildet durch Kalorienrestriktionen im Rahmen des Fastens und durch die Aufnahme gewisser sekundärer Pflanzenstoffe. Und wenn wir es schaffen, die Situine möglichst häufig zu aktivieren, fördern wir die Regeneration des Körpers. Ja, und das war es im Prinzip auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere natürlich auch gerne diesen Kanal, damit du in Zukunft kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.